Hallo und herzlich willkommen zurück zu Software Inc. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir bauen um und zwar soll unser, ja ich sag mal noch gerade so als Einfamilienhaus durchgehendes Häuschen aufgebaut werden zu einem zweistückigen Gebäude und wir lassen dann auch das Siegeldach weg und gehen auf Flachdach, weil das wird noch weiter wachsen, da wird noch ein drittes und viertes Stockwerk irgendwann drauf kommen und ich denke dann ziehen wir auch irgendwann nochmal um, vielleicht dann doch in die Stadt, weil naja hier so dörflich mehr als drei Stockwerke würde ich jetzt auch nicht draufsetzen. Es sei denn, das Ziel ist die komplette Umgebung aufzukaufen und hier ein Riesenkomplex zu bauen, aber das würde ich dann wahrscheinlich doch eher auch in der Stadt machen. Also gehen wir erstmal, nee wir müssen erstmal in den Baumodus und hier hin. Jetzt muss ich das Dach auswählen und wie war das nochmal? Rechtsklick und dann Destroy und dann ist das hoffentlich nur das Dach. Jawohl, genau. Okay, das passt ja schon mal. Dann kommt das Tool. Das Problem ist jetzt, ich hoffe ich kriege das mit der Raumunterteilung hin. Ich mache erstmal so. So und jetzt ist da unten schon die Warnung, weil, ja, weil es nicht erreicht, weil es nicht, ähm, Moment. Genau, Ventilation funktioniert. Also wir dürfen jetzt nicht die Pause ausmachen, sonst drehen unsere Arbeiter los, äh, frei. Hier kommt die, der Klimaraum oder der Technikraum wieder rein und wir müssen jetzt irgendwas machen, weil das müssen wir bis oben durchführen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde den gerne verkleinern, aber wir haben den, glaube ich, schon so klein wie es geht, weil das Ding hier ja auch noch dran ist und das war, glaube ich, so das Hauptthema. Wir müssen hier nicht zwingend Fenster haben. Würde ich das vielleicht schon mal wegnehmen. Äh, oder anders. Wenn wir eh eine, genau, wenn wir eh eine Etage draufsetzen, müssen wir sowieso darüber nachdenken, wie kommen wir in die zweite Etage. Das heißt, wir brauchen Fahrstuhl oder Treppe. Äh, und dann, wenn wir hier schon Fahrstuhl und Treppe platzieren, dann können wir auch, ähm, zugleich runterbauen und den Technikraum ins Erdgeschoss verfrachten. Äh, das halte ich dann wahrscheinlich noch für die beste Idee. Okay. Die Heatpumpe, die muss aber wahrscheinlich immer draußen bleiben oder haben wir da noch was Besseres? Ich glaube nicht, ne? Okay. Äh, Elevator. Ich würde sagen, ja, wir können klein nehmen. Ich würde mal sagen, wir nehmen großen. Der genügt doch eigentlich. Mal eben gucken. Zweimal zwei. Äh, zweimal eins, Entschuldigung. So, genau. Und der geht nur dahin. Hm, warte mal. It's already occupied. Also hier oben wäre es kein Problem. Hier unten. Indoors. Okay, weil da fehlen die Wände und hier ist überall kein Platz. Wahrscheinlich wegen des Feuermelders und dann jetzt wegen des Stuhls und so. Wir müssen also diesen Raum erstmal abreißen. Äh, ich wünschte, ich hätte die Kollegen, äh, die Mitarbeiter einfach schon nach Hause geschickt. Wie spät haben wir es denn? Ah, erstmal pausieren. Hoppla. Es ist elf Uhr. Ja, okay. Dann machen wir den Umbau am offenen Herzen, wie man so schön sagt. Äh, die arbeiten ja aber auch gerade am Server. Das ist gerade so ein bisschen das, was ich im Hinterkopf habe. Ähm, nicht sell, sondern ins Inventar. Ins Inventar. Das Ding verkaufen wir jetzt einfach hier. Muss auch nicht alles aufbewahren. Verkaufen. 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 Abreißen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die Wand da wegbekommen. Sehr schön. So. Idealerweise soll der Fahrstuhl hier draußen erreichbar sein. Und das bedeutet, dass auch das Badezimmer weichen muss. So. Und wie hier die Wand wahrscheinlich... Ja, das... Ich kann nicht einzelne Punkte versetzen. Das wäre genial, wenn das ginge. Oder geht das irgendwo? Nicht wirklich, nee. Okay. Äh, in dem Fall muss ich auch diese Wand leider löschen. Ich hoffe, dass der jetzt nur... Ja, es sind nur die beiden hervorgehoben. Das ist... Hat gut geklappt. So. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Wir ziehen erstmal hier weiter auf. Ähm. So. Okay. Das wäre quasi das, äh... Ja, eigentlich ist es der Fahrstuhl, oder? Ja, ich denke, es wird der Fahrstuhl. Von daher werden wir diese Wand hier jetzt auch noch löschen. Puh. Schwierig. Wartet mal. Ähm. Ja, wir machen jetzt eine Abtrennung. Und zwar so. Wir könnten jetzt auch wieder so machen. Also... Habe ich falsch gemacht. Also bis... Ja, ich muss das Gitter mal kleiner machen. Darum geht das gerade nicht. So müsste es funktionieren. Ähm. Wir machen das einfach so. Ne. Ne, ne. Wir müssen... Ah, verdammt. Das ist jetzt ein bisschen... Ah, so passt das. Weil das ist jetzt auf der Ecke. Das ist... Das ist also möglich jetzt. Ja, genau. Das ist der Abstand. So. Und dann machen wir es hier so. Ja. Okay. Und... Jetzt machen wir noch was anders. Und zwar kommt hier ein Flur hin. Oh, weah. Ich hoffe... Ah, jetzt habe ich den verkauft. Ich wollte ihn nur zurück tun. So, der Kollege sitzt mal hier kurz dort. Und... Toilette ins Inventar. Ins Inventar. Fenster weg. So. Wir brauchen einen freien Durchgang hier. Einen Türdurchgang wieder hier. Puh, wartet. Ist der da genau dran? Ja, ne? Hm. Mal eben kurz vergleichen. Naja, das ist richtig. Okay. So, und jetzt kommt hier ein... eine Wand hin. und zwar so. Und dann noch Ah, da muss ich mal kurz nachdenken. Also hier hinten soll noch das WC wieder rein. Ich denke, wir machen es einfach so. Und hier soll jetzt der Fahrstuhl hin. Und hier hinten. So, ich denke, wir machen es einfach so. Hm. 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 Das war's für heute. Okay, das muss erreichbar sein. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte den Fahrstuhl so ein bisschen... ...ein bisschen verstecken. Ein bisschen einkleiden, aber das scheint nicht zu gehen. Dann müsste dieser Raum insgesamt ein bisschen kleiner sein. Jetzt ist die Frage, soll ich das tun? Dass wir den Fahrstuhl jetzt nehmen. Ich kann ihn nicht verschieben. Und wir setzen ihn wirklich hier so hin. Und vergrößern dann das WC einfach noch ein bisschen. Können wir tun, aber dann würde ich ehrlich gesagt... ...würde ich diese Wand noch mal ändern. Die kriege ich wieder nicht ausgewählt. Machen wir es doch einfach so. Okay, ähm... ...scheibenbar schwierig. Dann eben so. Ja. Es geht doch. Gut, jetzt passt es. Ah, nicht ganz. Nee, 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 nee. Ist verkehrt. Kann ich besser so machen. Ist das jetzt richtig? Nee, das müsste eigentlich... Doch, so ist richtig, ne? Naja, der Winkel passt jetzt. Das soll halt gleich zu diesem Winkel sein. Okay, gut. Und, ähm... Ich glaube, wir streichen diese Tür. Ja. Machen wir auch. Und dann kommt hier hinten ein Privacy-Fenster hin. Ähm... Ach da. Mein Gott. Ja, und eins reicht auch. Gut. Einrichtung machen wir später. Äh... Auch die ganzen, äh... Belege und alles. Und dann machen wir auch noch wieder neue Farben. Das, äh... Kommt dann an. So. Wir haben den Fahrstuhl. Wir haben einen neuen Toilettenbereich. Wir haben den Technikraum. Der ist jetzt noch, äh... Nach unten zu verlegen. Jetzt können wir aber runtergehen. Hoffe ich zumindest, dass wir das können. Und können hier... Ah, ich muss erst den Raum ziehen. Okay. Employees are assigned to furniture. They can't go. Okay, das schauen wir uns später an. Äh... Jetzt erst mal hier den Raum. Ich glaube, wir machen es einfach so. Vielleicht kommen wir ja mal mehr Server hin. Aber am Anfang ist das halt nur dieser kleine... Äh... Nicht Server. Ähm... Server und... Und Technikraum soll ja her. Nee, Technikraum ja nicht. Moment. Ach, Mist. Wartet mal. Ich muss es ja größer machen. Sonst klappt es ja wieder nicht. Also... Machen wir das so. Und so. Hoppla. Dann kommt hier eine Tür rein. Sehr dunkel hier. Dann kommt hier eine Tür rein. So, und hier muss der Fahrstuhl jetzt hin. Ah, ja, sehr schön. Da wird der alte angezeigt. Das... Das wollte ich doch sehen. So, und hier im Kellergeschoss steht er halt frei. Das macht ja dann auch nichts. So, wir machen mal eben ein paar Lampen hier rein. Ich denke, hier werden wir diese fluoreszierenden Lampen einfach nehmen. Mit Shift kommt es immer besser. So, wir machen mal hier schon mal Licht. Und jetzt, ähm... Kommt hier... Zuerst mal, bevor wir irgendwas anderes machen... Äh... Das Ding von oben rein. Also die AC... Moment, wir gehen mal auf Function... Temperature... Dieses hier. Roof AC. So, jetzt sag mir doch bitte mal, warum das nicht geht. This furniture cannot be placed in the basement. Ernsthaft? Das muss wirklich einfach ganz oben platziert werden immer. Das heißt, ich muss es jedes Mal umbauen. Oh mein Gott. Okay. Ähm... Hat zwei Vorteile. Zum einen, wir werden diesen Raum los. Der mich sowieso gestört hat. Dann, ähm... Ja, dann muss ich mir überlegen, was wir mit dem Ding machen. Ich hätte da schon eine ganz verwegene Idee. Warum packen wir das nicht einfach auf die Toilette? Dieser Raum ist eigentlich zu groß jetzt. Obwohl, für Support brauchen wir ja so viel Platz, haben wir gesehen. Okay. Und jetzt kann ich den Bauch-Ding. Und jetzt kann ich den Bauch-Ding. Und jetzt kann ich den Bauch-Ding-Alarin aus. Soll ich das nicht zu voluntary machen, was wir denn da noch nicht mehr machen, weil wir es nicht immer noch mal machen? Also kann ich den Bauch-Ding-Alarin machen. Ich bin aber auch nicht. Ich bin ja da schon. So funktioniert es, glaube ich. Sieht auf jeden Fall gut aus. Dann das hier rüber. Kann einer sagen, warum da so viele Fußabdrücke sind? Okay, so. Erstmal. Hier kommt jetzt keiner mehr hin. Wieso? Das stimmt doch nicht. Hä? Ja, dass das nicht funktioniert, ist klar. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Hier hat sich doch gar nichts geändert. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich glaube, das wird sich automatisch legen. So, jetzt packen wir erstmal die Roof-Klima-Anlage wieder rein hier. Und ich werde erst das Gerät platzieren. Und dann machen wir da eine Wand dran. Und dann machen wir da eine Wand dran. So. Ne, dann ist es ja so rum besser. Ja, das ist trotzdem noch so ein großer Raum. Okay, machen wir eben den Raum drum. Aber ich muss mir merken, das Grid ist einmal runter für Räume. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Eine Tür. Lieber von hier. Weil vielleicht machen wir da noch was. So, und wir müssen natürlich noch diesen Ausbau hier haben. Und dann, das heißt, einmal so, na. Okay, und jetzt können wir da den Fahrstuhl hinstellen. Ich drücke einfach nur immer R, aber er dreht scheinbar nicht. Er hat Rotate für ein... Ach, Randomly. Komma. Ja, das ist ja super. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Wieso kann ich es da nicht hinbauen? Ich muss es doch da hinbauen. Da ist doch der Fahrstuhlschacht. Moment mal. Äh. Oh, mir schwarnt etwas. Ähm. Nö. Was? Toggle, Toggle, Elevator, Exit. So, ich nehme das nochmal weg hier kurz. Toggle, 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 Toggle. Ich meine, hier geht's ja. Warum geht's denn hier oben nicht? Toggle, 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 Toggle. Das ist ja merkwürdig. Okay, dann machen wir nochmal einen ganz anderen Spaß hier. Und zwar löschen wir einfach mal diese Wand. Aha. Das ist ja interessant. Was unten funktioniert, funktioniert hier scheinbar nicht. Ich meine, das ist ja noch... Nee, das stimmt ja gar nicht. Ich habe die Wand hier falsch gezogen. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier... Ja, ich kriege es ganz schlecht angezeigt. Ich kann aber hier so in die Kameraperspektive gehen. Da, schaut mal. Das ist nicht richtig. So, heißt, wir gehen wieder raus. In den Baumodus. In die Konsole wollte ich eigentlich nicht. Lass mich raus aus der Konsole. So, okay. Da müssen wir hier nochmal das ganze Ding löschen. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja wirklich ärgerlich. So, jetzt nochmal. Also, so gut der Baumodus ist, hat einfach auch ein paar Tücken. Muss ich einfach mal so sagen. Aber, naja, gut. Wenn man das weiß, kann man da ja auch drumherum arbeiten, wie man so schön sagt. So. Auch hier oben ist die Toilette hin. Faltes Tool. Faltes Tool. Ich kann keine Räume innerhalb von Räumen bauen, seit wann das ja nicht. Das machen wir doch die ganze Zeit. Achso. Ja, okay. Okay. Oh man. So. Wieso habe ich denn ständig das falsche Tool? Machen wir hier Getränkebereich und alles hin. Und hier dann die Räume. Das ist kein schönes Layout. Das müsste man eigentlich ganz anders machen. Anders. Jetzt machen wir hier einen Flur hin. Aber der Flur ist halt irgendwie total sinnlos, ne? Wobei der Flur ist halt nicht. Ein bisschen am Experimentieren jetzt gerade. Na, wenn das geht, dann können wir aber noch was anderes machen, was noch schöner aussieht. Was ist das? Die Toilette? Keine Ahnung, was das hier wird. Mal schauen, vielleicht einen Automatenraum mal sehen. Und jetzt müssen wir aber noch eine Wand hier haben. Also ein Flur quasi. So, da würde ich jetzt mal erstmal so machen. Und dann einfach, bla, falsches Tool wieder. Einfach so hier über die ganze Breite. Ich weiß noch nicht, ob es das bringt jetzt hier, aber so machen wir es jetzt erstmal. Ist natürlich ein ganz anderes Layout als oben. Das gefällt mir hier auch nicht wirklich. Ich würde das Badezimmer lieber eine Nummer kleiner machen. Und hier eine vernünftige Kurve zu haben. Also eine vernünftige, gerade Strecke. Warum? Ah, das ist... Wir haben das da unten auf dem anderen Grid. Das ist doch wohl blöd. Ich kriege das hier oben nicht zusammen. Das ist ja schade. Dann versuche ich was anderes. Hm, okay. Naja. Das ist ein tolles Curve-Tool. Das funktioniert ja gar nicht. Oh Mann. Ach so. Ah, Leute. Da muss ich jetzt Pause machen. Das wird mir hier zu wickelig. Ich werde mir das nochmal in Ruhe ansehen. Möglicherweise muss ich unten nochmal neu neu setzen hier, dass wir auf das richtige Grid kommen. Weil irgendwas passt hier einfach nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfserz. Ciao. 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 Ciao.